ganz rechts den hier ist ein rafam rafam chat sagt rechts danke chat ich mach für eine subscription war ja alles wenn dog dog den auch spielt oh dog dog spielt ihn auch ich werd bekloppt was mach ich denn hier nehmt eine einfache kopie des ersten den ihr im nächsten kampf tötet ja dann müssen wir den hier spielen war this one this fucking one stark aber dass du sagst dass ich den unbedingt spielen soll und im nächsten step shitty was sind das eigentlich alles für leute bei mir im chat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bots oder ich finde das schade dass die im chat sein können ich habe eingestellt dass die nur schreiben können wenn die auf folge sind weil verloren kann man ja immer draufklicken was bringt mir das wenn jetzt gestern oder vorgestern jemand geschrieben hat aber der kriegt keine nachrichten wenn ich online gehe geht ja gar nicht oh mach das aus wie das funktioniert nicht okay ähm 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 alles klar das läuft ja wie am schnürchen so ist aus ja ich habe auch nicht gedacht dass jetzt auf einmal direkt 20 viewer da waren heute mittag da fand ich schon äh ähm strange Ich habe gedacht, rasierst du mal kurz eben den Kopf und machst da eine Lampe drauf. Nevermind. Ähm... Ja, passiert. Morgen ist auch noch ein Tag. Aber kann ich überhaupt... Sehe ich überhaupt, wenn jetzt jemand followt, dann blinkt das da ja normalerweise auf. Aber bei mir ja im Bildschirm nicht. Äh... Wenn ich meinen eigenen Stream anhabe, wo kriege ich das denn sonst mit, dass da jemand followt? Gut, ich habe hier so ein Aktivitätsprotokoll. Und dann dreht den Spieß um. Twitch-Dashboy. Also, das habe ich in OBS, habe ich da direkt drin, ja. Aber Donations? Das musst du im Blick haben. Das habe ich im Blick. Fast. Wait a minute. Ähm... Endfollow mal und follow mich. Weil ich glaube, das höre ich nicht. Vielleicht höre ich das. Okay. Ich habe hier so ein Aktivitätsfeed. Da kann ich sehen, wer wann wie wo followt. Ja. Ihr seid ein Naturtalent. Ähm... Der weg. Das upgraden. Den spielen. Und einer auf Level 4. Spott. Spott. Und... Es wird der Spotter. Ähm... Dann mache ich noch so und so. Aber ich kann ja... Ich kann ja... Ich kann ja... Stream... Labs. Ich habe das auf jeden Fall gehört. Also ich höre den Quatsch. Hola, Erosch. Ey, der ist einfach nice. Der... Der... Der Chef hier. Kannst du sagen, was du willst. Erosch. Eure Diener haben sich richtig ins Zeug gelegt. Ähm... Böp, 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 böp. Nehmen wir wieder weiterhin Spott. Oder graden wir weiter ab. Ne. Wir spielen gegen den Ersten. Ich glaube, ich will noch weiter Spott. Nehmen. Wollen. Damit der ein bisschen aufgepusht wird. Oder spielen wir wieder Piraten. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Machen wir so. Zack, zack. Kommt es an. Ähm. Euch wisch ich weg. Ein Diener weniger und eine Goldmünze mehr. So. Ola, Ola, Ola. Ah. Ah. Ah, nice. Schon wieder so ein... Genau den gleichen. Das klappt doch. Ähm. Ähm, 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 ähm. Jetzt graden wir glaube ich mal ab. Ja. Machen wir nix. Oh, Spott ist nice. Oh, Spott ist nice. Spott ist... Nice. Verkaufe ich den. Mein Schild für Argus. So skaliert er auch mal schön hoch. So skaliert er auch mal schön hoch. So skaliert er auch mal schön hoch. Ich glaube nicht. Zeig. 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 Abend. Zeig. Oh, oh, jetzt wird aber knapp. Ah! Lost. First time lost. Nein. Fuck. Alright. Ähm... Upgrade oder nicht Upgrade? Upgrade, wa? Joa. Da sind die sind alle nice. Aber bringt mir halt nichts, wa? Dafür bin ich zu... Also ich hab... Neutrale, Neutrale. Ich hab ein Elementar, ich hab ein Pirate, ich hab ein Elementar. Ich hab nochmal zwei Neutrale. Die Neutralen, die sind einfach Upfuck. Ich hab keine Ahnung, was man da überhaupt... Was man da spielen sollte. Also alle Mobs so einzelnen sind gut, aber die... Die harmonieren halt überhaupt nicht. Wo ist eigentlich ? ... ... ... ... ... ... Ja, ja, ja. Das ist doch schon wieder Pisse. Okay. Den brauchen wir auf jeden Fall. Kriegen wir irgendwie noch ein Drilling hin? Ja. Ja, ja, gesagt, getan. Und jetzt ein Level 6er-Mob. Nehmen wir Elementare. Definitiv. Dann pushen wir mal den hier, glaube ich, weg. Oder den? Den. Für den Start in hier. Ähm. Spielen. Für jeden Elementar, den wir in dem Zug gespielt haben. Das heißt, wir spielen jetzt einfach... Ist das so in Ordnung? Puh. Ich weiß nicht. Und ich weiß nicht. Und ich weiß nicht so viel. Gut. Jo, das passt doch. Eure Diener haben sich richtig ins Zeug gelegt. Elementare brauche ich, wa? Ja. Elementals. Komm, kauf mal den. Ne, 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 ne. Ähm. Ich mach' nen Upgrade. Erstmal wieder gut. Erhaltet einen anderen zufälligen Elementare. Bezahle drei, kriege zwei. Uah. Mach' mal so. Und die Friesen war in der Hoffnung, dass wir vielleicht gleich noch so'n... ...geschmolzenen Fels bekommen. Oh. Ich spiel' ab 20 Uhr Warzone. Bist du dabei? Ja, muss ich mal eben in neun Minuten... Alles klar, ich hau' eben nen Twitter raus. Dat ab neun... In neun Minuten dat dann Warzone gestreamt wird. Ähm. Aber da raste ich halt wieder aus, wa? Aber das ist ja gar kein Problem. Eigentlich sollte ich mit dir gar nicht mehr spielen. Einfach nur wegen der Elo. Weil wenn ich alleine spiele, dann sind die Gegner nämlich alle genauso scheiße wie ich. Aber ich hab' gemerkt, ich hab' jetzt Headset auf, wa? Ich hab' die letzten Tage immer mit, äh, über... What the fuck? Ich hab' die letzten Tage immer über, über Boxen vorne gehört, weil... Ist halt richtig Bullshit. Hörst keine Fußstapfen und nix. La 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 la, la la la, la 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 la... Oh, 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 oh. Aha, what the fuck? Was ist das? Der muss weg. Der ist schon sehr geil. Ah, den hätte ich zuerst spielen müssen. Reihenfolge ist alles. Ähm. Ja, sag mal schnell, was ich noch brauche. Äh, den weg. Teuren kaufen. Teuren spielen. Ey, ich freeze die. Es sind immer noch zwei. Die sind gut. Und jetzt wird er einfach mega... Ah, der muss nach rechts. Nicht ganz nach rechts. Ich Idiot. Oh. Ne, ich spiele diese Runde, spiele ich noch zu Ende. Danach gehe ich kurz eben pinkeln. Und dann bin ich Warzone dabei. Also ich kann nicht versprechen, dass es 20 Uhr wird. Aber... Doch gleich. Und dann bin ich... 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 Jetzt nicht nachlassen. Zack, zack. Kaufen, kaufen. Da ist wieder ein Elemental. Ah, den kann ich nicht nochmal kaufen. Ich glaube, der ist jetzt auch shitty. Eigentlich ist er richtig geil. Aber skaliert halt Zerro. Ist Zerro skaliert. Verkaufe ich den eben. 20, 20, 20, 20. Der pusht eigentlich den Linken noch ganz gut hoch. Machen wir, ne? Ähm. Kommen wir vor da irgendwas. Irgendwas. 86, 86, bin schon mal Disco. Ich fühl mich Disco. Es macht einfach keinen Unterschied, wenn die alle Gotteschild haben, weil ich motherfucking viel Leben habe. vielleicht verrecke ich auch. Ah. Ach, den haben wir ja auch noch. den. Oh, fuck. Ja, der überlebt mit drei Leben. Göttlich. Göttlich, göttlich, göttlich. Da seid ihr wieder. Einen wundervollen guten Tag. Einen wundervollen guten Tag. Äh, warte kurz, sag nochmal eben was. Hallo. Ja, so ist perfekt für den Stream, glaube ich. Gedacht, gedacht, gedacht. Ah, für gleich, ja. Okay. Ne, ich habe nur gerade eben, äh, wenn ich selber rede oder wenn du redest, wie, wie der Ausschlag des, äh, Voices ist. Ähm, wen verticke ich? Wen verticke ich? Den, 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 den. Den macht ein zufälligen, den brauche ich nicht. Weg damit. Elementare. Er haltet einen zufälligen Elementar auf die Hand. Okay. Ah, da war scheiße. Da war ein Elementar, der man hätte gut spielen können. So, ich habe dich jetzt mal eben in Discord stumm geschaltet. Ich weiß nicht, ob du mich jetzt überhaupt da noch hörst. Ich höre dich. Ah, ja. Scheint so. Ja, weil ich höre mich selbst im Stream jetzt logischerweise. Und das war jetzt gerade mit diesem Zeitversetzen noch sehr tricky. Ja, mit dem Zeitversetzen ist Bullshit. Also, für uns jetzt zum Kommunizieren. Hörst du mich jetzt über den Stream? Weil, das wäre scheiße. Weil, wenn du mich was fragst, Ja. Dann antworte ich direkt. Warte. Macht nix. Ja, da macht nix. Guck mal, was ich da habe. Ein Leutnant Garen. Ein typischer Standard, wa? So ein 204 Leben. Verleiht euren Drachen. Kampfschrei. Bullshitty. Alles shitty. Oh. Den nehmen wir. Ich bin jetzt gleich nochmal ganz kurz am Restarten, bevor wir zocken. Ja, ist gar kein Problem. Wir haben hier eine Goldmünzer als Entschädigung. Oh, 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 oh. Oh, der... Ja, der hat keine Chance. Der hat bei mir einfach keine Chance. Der knallt jetzt so... Der beschwört so viele Dämonen. Und jedes Mal macht er drei Schaden. Aber guck mal, wie viele Dämonen der beschwören muss, damit der 234 Leben kaputt kloppt. Da lache ich mich doch kaputt. Ja, solange der kein Gift hat, dauert das wohl jetzt nicht. Nee, keine Chance. Und was hat der andere hier? Der spielt Drachen. Der hat auch kein Gift. Vielleicht eine Spore. Oh, jetzt war ich aber gerade sehr laut bei dir im Stream. Ja, da war es auch im Discord sehr laut. Oh, und jetzt bin ich wieder sehr leise. Ja, das sagte ich ja. Wenn du eine gewisse Schwelle überschreitest, dann ist krass laut. Dann wird es laut. Ja, ich weiß aber nicht, was da drin liegt. Und eigentlich habe ich nichts mehr aktiviert. So, dann sind wir schon mal Zweiter. Oh, da ist nochmal ein Leutnant Gare. Was macht der hier eigentlich jedes Mal? Aha, jetzt vielleicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, komm, musst du selber ausprobieren. Du kannst ja zwischendurch einfach mal reinschreien. Da habe ich im Discord eine Funktion gefunden. Da stand, äh, Verstärkung. Welchen tun wir weg? Fuck it. Dem brauche ich, dem brauche ich. Also kann ich hier uns auf Discord schieben. Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal eben gute Mobs spielen. Dann muss der hier weg, glaube ich. Der muss weg. Du hast nur 15 Sekunden. Verkackt. Ähm. Ja, der war ja schon mal ein Knaller. Was macht der denn? Was will der denn tun? Naja, vertu dich nicht. Der hat da auch schon einige Bretter. Der kleert da ein ganzes Board, ne? Das sehe ich aber nicht. Guck dir das jetzt an. Zack. Zack. Ja, okay. Der Drache war wichtig. Das geht jetzt gleich so weiter. Zehn Schaden. Ich glaube, in der nächsten Runde kriegt er noch mehr. Ähm. Ich brauche nur Elementare. Oh, der kommt jetzt mal weg. Oh, der kommt jetzt mal weg. Der skaliert nicht mehr so krass hoch, oder? Das ist... Ja, wenn das hier mit dem Mikro nicht besser wird, dann installiere ich nochmal die Standard-Real-Tech-Dinge. Test 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Oh, der gibt ja einen Wehling. Oh, 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 oh. Der ist 5, 6, 7, 8. Ratatata! Ratatata! Egal, wie viele Features ich hier aktiviere, das hört sich bei dir doch immer gleich an. Meistens, ja. Außer du redest einmal laut. 300 fucking 44! Der bräuchte einfach mal ein bisschen mehr Damage. Oh, du hast wieder 5 Viewer. Ja, sicher, weil ein 344er gar, da muss man einfach zugucken. Das ist... Das ist doch krass behindert. Der kann da draufkloppen, wie er will. In WoW Classic haben wir gar, glaube ich, in 15 Sekunden kaputt gemacht. Na gut, der Drache ist der gefährlichste, ne? Kaputt! Aber wieder, äh, 10 Schaden, wa? Ja. Dann machen wir das gleiche Spiel noch einmal. Ja, knapp aber. Na... Was ist da jetzt passiert? Ach, der hier ist gestorben. Du hast den gerade getötet. Der hatte den auch, deswegen... Ach, der hatte den auch. Ah, ach so, der. Deswegen. Ich hab gedacht, deine Hero Special war das. Hahahaha. Hahahaha. Oh. Ich lach mich... Kaputt. Bei dem Game hier. Bei der Runde lach ich mich echt kaputt. Den hab ich... Hab ich den als erstes gekillt? Woher kommt der denn hier? Ganz rechts hast du rein. Ach so, hier. Ja, der ist gut. Wie viel kriegt da denn Pro Elementar dazu? Zwei Leben. Und warum kriegt der so viel? Der kriegt nicht Pro Elementar, sondern der kriegt zwei Leben pro befreundeten Elementar, den ich habe, wenn ich ein Elementar ausspiele. Das heißt, wenn ich hier sechs Elementare auf dem Feld habe und ich spiele einen siebten, kriegt der sechs mal zwei. Und der hier macht halt immer noch, je nachdem wie hoch mein Gasthauswert ist, spiele ich ein Sechser, Gasthaus, dann kriegen zwei Leute plus sechs plus sechs noch on top. Der könnte mich nur mit Murlocs so kaputt machen. Gift und Gottesschild. Hätte ich keine Chance. So, drei Runden in Folge, wunderbar. Dieses Ding geht auf YouTube. Easy game. Easy. So. Ich bin schnell am Rebooten. Ja, mach das. Und ich gehe eben auf Toilette. Viel Erfolg. Mach auch das. So. 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 Vielen Dank.